...liegen des Zeitdrucks. Auf der Baustelle waren zwei Arbeiter aufs Leben gekommen. Dann ist fraglich, ob der Terminal in Sao Paulo rechtzeitig zur WM fertig wird. Bauverzögerungen an den Flughäften gibt es im Mindesten nur fünf der zwölf WM-Städte. Die Gesellschaften warnen bereits davor, dass Fans womöglich nicht pünktlich die Spiele erreichen. Angegleich dicht geräumt die Länge an der Untergrundstelle. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 16 Grad. ...morgenslich die Sonne nur selten sehen. Aha. ...dass ganze bei 11 bis 15 Uhr. Montag und Dienstag geht es bei ähnlichen Temperaturen. Wechselhaft weiter. Neben Sonnenschein gibt es auch immer wieder Schauer. Seit 12 oder 5. Fiiiine Bipi! Bicke Ja, Bicke Ich bin beim Spielen. Ich habe das Geschwisterchen geärgert, das Schlafende. Schenk, was ärgerst du da, die kleine Maus? J.J. 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 J.J.